Hallo ihr Lieben und Herzlich Willkommen wieder zu einem neuen Video von mir. Ich bin Kay und heute stelle ich euch das fantastische Playmobil-Fehenset vor. Es sind genau zwei Figuren dabei. Einmal diese wunderschöne Elfe mit ihren fantastischen goldenen Haaren und einmal dieser Elf. Und diese beiden sitzen in einem fantastischen Feenboot. Und es sind natürlich auch noch zwei Delfine dabei mit einem schönen Muster. Und das Set packen wir heute mal zusammen aus. So, da fällt mir auch schon was entgegen. Das war dieses schöne rosane Boot. Und da sehe ich auch schon den ersten Delfin. Der sieht wunderschön aus. Der hat so ein tolles Muster. Ja. Und dann haben wir hier diese Figuren. Die Elfe und der Elf. Und dann noch das Zubehör, das bei ist. Und natürlich nicht zu vergessen die Anleitung. Und noch zwei Prospekte. Einmal den ganz normalen Playmobil-Katalog, den ihr schon kennt. Und noch ein Playmobil-Movie-Prospekt. Dort könnt ihr euch anmelden bei surpriseplaymobil.com. Und dann könnt ihr spannende Spiele, tolle Filme erleben. Dazu ist der Code gedacht. Genau. Und da könnt ihr euch anmelden. Und es gibt auch, 2019 soll ein Kinofilm rauskommen. Von Playmobil. Und ja, guckt einfach mal gerne rein und meldet euch dort an. Es gibt viele interessante Sachen zu entdecken. So, dann haben wir hier die Anleitung. Sieht schon mal toll aus. Und so sieht die aus. Das werden wir heute zusammen aufbauen. So, wir haben hier das Boot. Wirklich ein großes Boot. So, jetzt machen wir das. So. Supi. Dupi, dupi. So, diese beiden Teile hier, diese goldenen, sollen an das Boot jeweils drangesteckt werden. Einmal links und rechts. So. Die könnt ihr auch noch zusammenschieben, wie ihr wollt. Und dann haben wir in dieser Tür noch das Rest, das hier jetzt zubehört. Aber diese wunderschöne Elfe, die hat ein traumhaftes Kleid an. Und wunderschöne goldene Haare. Wow, echt schön. Und rote Lippen hat die sogar auch. Fantastisch. Und der Elf hat auch ein ganz tolles Oberteil an. Und eine tolle Hose. Wunderschön. Man sieht gleich, dass sie ein Pärchen sind. Denn er hat auch eine goldene Hose an. Und goldene Muster auf seinem T-Shirt. Und es passt einfach super. Natürlich müssen wir auch noch die Flügel anbringen. Die auch schon hier dabei sind. Also. Erster ist schon dran. Zweite Flügel kommt auch ran. Also der Mann ist schon mal fertig. Sehr schön. Wunderbar. Und jetzt noch die Frau. Einmal. Und noch einmal. Oh, das ist ja falsch rum. So. Eins. Und zwei. Tada. Und dann machen wir weiter mit dem Boot. Dieses lila Teil soll hier in das obere reingemacht werden. So. Eingesteckt. Ist das auch schön. Und dann haben wir hier dieses goldene Teil. Und dann noch dieses hier. So. Wunderschön. Die beiden. Und schwupp. Ist dann schon dran. Jetzt kommt auch noch der Baby-Delfin dazu. Total süß. Die Flosse lässt sich auch bewegen. Super. Übrigens kann das Boot auch auf Wasser benutzt werden. Und die Delfine dürfen sogar ins Wasser. Und dann dürft ihr damit in der Badewanne schwimmen. Gehen. Und dann haben wir hier noch die Schatztruhe. Wo das Gold drin ist. Die Edelsteine. Eine Libelle. Eine pinke. Mit Neonfarben. Ein Zauberstab. Den jetzt mal die Elfe in die Hand bekommt. Ja, so. Ups. Die Eim. Arme reifen noch. So. Und noch bei der Elfe. Und noch bei der Elfe. Sehr schön. Sieht wunderschön aus. Und dafür ist auch sehr viel dabei. Und dann stecken wir mal sie in das Boot rein. Kann hier zwischen stehen. Und er rudert jetzt mal. So. Die Delfine auch da. Und die Libelle fliegt umher. So. Und das war es auch schon wieder. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dahin. Eure K.A. Tschüss. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.